Mein nächster Gast sagt, Donald Trump ist eine Gefahr erst einmal für die Demokratie in den Vereinigten Staaten und er muss es wissen, weil er wäre fast gegen ihn angetreten als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Damals wurde es Hillary Clinton und dann wurde Biden Präsident und Donald Trump ist immer noch da und könnte antreten. Darüber konnte ich sprechen mit dem US-Senator Bernie Sanders, aber eben auch über das, was ihn auch umtreibt, seine Wut auf den Kapitalismus. Letzte Woche war er in Berlin. Hier ist unser Gespräch. Willkommen, Senator. Vielen Dank. Sie sind seit 40 Jahren in der Politik, davon 16 Jahre im US-Senat. Zweimal standen Sie kurz davor, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten zu werden. In Deutschland wurden sie durch ein legendäres Foto zur Berühmtheit. Es zeigt sie bei der Amtseinführung von Präsident Biden. Alle tragen Anzug, sie tragen Fäustlinge. War das eine Art Fashion-Statement? Nein, ich komme aus einem US-Bundesstaat, in dem es sehr kalt ist. Vermont? Genau, Vermont. Dort wird es sehr kalt, bis zu minus 28 Grad. Und wir kleiden uns dort nicht sehr schick. Wir sind recht bodenständig. Wir wollen einfach trocken und warm bleiben. An dem Tag war es kalt, daher wollte ich einfach warm bleiben. Und das Foto ging schließlich um die ganze Welt. Im Internet hatten viele Spaß damit. Es gab Sie mit Marilyn Monroe an Bord der Titanic und mit unserem deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck in der Berliner S-Bahn. Kennen Sie die Bilder? Konnten Sie darüber lachen und welches gefiel Ihnen am besten? Ich war schon auf dem Mond, ich stand neben Superman. Es gibt so viele, die kann man gar nicht alle aufzählen. Diese Bilder erregten so viel Aufmerksamkeit, dass wir am Ende T-Shirts und Pullover verkauft haben, um Geld zu sammeln für gemeinnützige Organisationen in Vermont. Und da kam eine Menge Geld zusammen. Sie sind auch Autor mehrerer Bestseller. Ihr neues Buch heißt, es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein. Wie wütend sind Sie? Ich bin wütend. Und es empört mich, in einer Welt zu leben, in der so wenige so viel Reichtum und Macht besitzen, während viele andere kaum genug zu essen haben. In den USA haben drei Menschen mehr Geld als die untere Hälfte der Gesellschaft zusammen. Das Vermögen der Reichsten wächst exponentiell, während sich 60 Prozent der Arbeitnehmer von Lohn zu Lohn hangeln und 500.000 Menschen auf der Straße schlafen. Wir sehen in den USA und weltweit einen wachsenden Trend zur Oligarchie. Einige wenige Milliardäre üben unglaublich viel wirtschaftliche und politische Macht aus. Das ist ein Problem, das wir angehen müssen. Über die Oligarchen sprechen wir gleich. Oft werden Menschen im Alter ja nicht wütender, sondern konservativer. Warum ist es bei Ihnen genau andersrum? Nun, die meisten Menschen haben nicht meinen Job. Jeden Tag sehe ich die Macht und die Gier der Leute ganz oben und das Leid der normalen Arbeiter. In meinem Land sind die inflationsbereinigten Löhne in den letzten 50 Jahren nicht gestiegen, trotz großer technologischer Fortschritte. Die Menschen können sich keine Gesundheitsversorgung leisten. Junge Leute verlassen die Universität mit 50 bis 100.000 Dollar Schulden. Wir reagieren nicht effektiv auf die Klimakrise, wegen der Gier und Verlogenheit der Öl- und Gasindustrie. Wir haben zu viel Rassismus, Sexismus und Homophobie. Ja, es gibt vieles, worüber wir wütend sein können. Es scheint schwierig zu sein, den Kapitalismus zu verändern. Sie benutzen in Ihrem Buch das Wort Hyperkapitalismus. Wie unterscheidet der sich von dem Kapitalismus, den wir kennen? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Vor 30 oder 40 Jahren verdiente ein Chef eines großen Unternehmens vielleicht 30 oder 40 mal mehr als sein durchschnittlicher Angestellter. Das ist eine Menge. Wissen Sie, wie groß der Unterschied heute ist? Fast das 400-fache. Genau wie Europa haben auch wir in den letzten Jahren unter der Inflation gelitten. Viele glauben, sie kommt vom Krieg in der Ukraine, von gestörten Lieferketten. Und ja, diese Faktoren tragen dazu bei, doch der Hauptgrund für die Inflation ist die Gier der Großkonzerne, die Rekordgewinne einfahren, indem sie die amerikanischen Verbraucher mit sehr hohen Preisen zur Kasse bitten. Eine ihrer berühmten Forderungen lautet, Milliardäre sollte es nicht geben. Das klingt fast so, als würden Sie den Menschen ihren Erfolg nicht gönnen. Nein, so ist es nicht. Was dann? Wie wollen Sie verhindern, dass Menschen zu Milliardären werden? Durch eine vernünftige Steuerpolitik. Einige Länder zeigen bereits, wie es geht. In den USA haben wir bei der Steuerpolitik eine wachsende, geradezu groteske Kluft zwischen den Menschen an der Spitze und allen anderen. Der typische Milliardär in den USA zahlt einen effektiven Steuersatz, der wahrscheinlich niedriger ist als der eines Lkw-Fahrers oder einer Krankenschwester. Und das liegt an der Macht der Milliardäre, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen und so sicherzustellen, dass sie Steuererleichterungen erhalten. Es geht nicht darum, ob man jemandem etwas gönnt oder nicht. Du gründest ein Unternehmen, du arbeitest hart, du verdienst Geld, nur zu. Verdien von mir aus auch Millionen Dollar. Aber solltest du wirklich 150 Milliarden Dollar anhäufen, während Leute draußen auf der Straße leben, wenn die Arbeiter immer weiter abgehängt werden? Ich finde, nein. Und ich glaube auch nicht, dass die einzige Motivation des Menschen darin besteht, immer mehr Geld anzuhäufen. Es gibt sehr kluge Leute, die gestalten möchten, das sind Unternehmer, die wollen etwas Neues erschaffen. Man braucht keine Milliarden Dollar. Sie sind selbst Millionär, soweit ich weiß, durch Ihre Bücher? Ein kleiner Millionär, ja. Aber Sie sind einer. Wie viel Vermögen ist also okay? Weniger als eine Milliarde. Kommen wir zurück auf den Begriff Oligarchen, den Sie in Ihrem Buch verwenden. Sie sagen, die USA sei von Oligarchen gekauft, insbesondere die Politik. Wir verbinden diesen Begriff normalerweise mit dem korrupten System in Russland. Ist das ein fairer Vergleich? Der Vergleich ist definitiv fair, genau deshalb nutze ich ihn. Als Putin den Krieg in der Ukraine vom Zaun brach, sagten alle, Putin ist selbst unglaublich reich und er umgibt sich mit all diesen Oligarchen. Doch stellen Sie sich vor, auch in Amerika gibt es Oligarchen selbstverständlich. Was ist ein Oligarchen in den USA? Beschreiben Sie uns ein. Das sind Leute mit einem Vermögen von 50 oder 100 Milliarden Dollar. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Drei Unternehmen an der Wall Street sind zusammengenommen die Hauptaktionäre von 95 Prozent aller Unternehmen. Diese drei Unternehmen, die Leute im Vorstand, die Top-Manager dieser Firmen, haben eine enorme Macht. Das ist Oligarchie. Und Sie erwähnten das politische System. Im heutigen Amerika, und das wissen viele Europäer vielleicht gar nicht, angenommen, du gewinnst im Lotto, du wirst zum Milliardär und wirst Staatsbürger der USA. Dann kannst du einen Super-Pack gründen, ein Super-Political-Action-Committee, eine Art Lobby-Gruppe. Damit kannst du hunderte Millionen Dollar ausgeben, um politische Kandidaten zu bekämpfen oder zu unterstützen. Klingt das für sie nach Demokratie? Für mich klingt das eher nach Oligarchie. Dem Magazin Forbes zufolge erhielt Joe Biden Wahlkampfspenden von mindestens 230 Milliardären oder ihren Ehepartnern im Jahr 2019. Ist er also auch von Oligarchen gekauft? Nein, ich denke nicht, dass er gekauft ist. Dennoch ist es furchtbar. Wird seine Politik durch dieses Geld beeinflusst? Ja, das wird sie. Also ist er gekauft. Nun, manche Politiker sind mehr gekauft als andere. Warum sollten denn Milliardäre sonst spenden? Weil sie politischen Einfluss wollen. Und auf manchen Politiker haben sie mehr Einfluss als auf andere. Joe Biden steht auf der Seite der Arbeiter. Er bietet der Automobilindustrie und den Arzneimittelherstellern die Stirn. Das gefällt einigen Milliardären überhaupt nicht. Einer der Gründe, weshalb die Politik in den USA die Arbeiterklasse nicht so stark im Blick hat, wie sie sollte, liegt genau in diesem Problem. Und es ist nicht nur Biden. Milliardäre spenden großzügig, sowohl an die Republikaner als auch an die Demokraten. Joe Biden möchte im nächsten Jahr wiedergewählt werden. Sie waren schon einmal sein politischer Gegner und haben zweimal versucht, Präsidentschaftskandidat der Demokraten zu werden. Aller guten Dinge sind drei. Warum treten Sie nicht erneut an? Meine Ansicht nach ist derzeit das wichtigste Ziel der progressiven Bewegung, Donald Trump zu verhindern, der sehr, sehr gefährlich ist und der, während wir uns hier unterhalten, die Demokratie in den USA aushöhlt. Er muss geschlagen werden. Zweitens müssen wir eine progressive Agenda für Präsident Biden entwickeln, zusammen mit der Demokratischen Partei. Ein Problem, das ich in meinem Buch anspreche, ist die Tatsache, dass die Demokraten seit vielen Jahren nicht so fest an der Seite der Arbeiterklasse gestanden haben, wie sie es hätten tun sollen. Die Frage ist, wer kann Donald Trump schlagen? Bleiben wir bei Joe Biden. Viele Menschen sind der Ansicht, dass er zu alt sei. Sie sind ein Jahr älter als er. Ist er also zu alt für diesen Job? Was denken Sie? Nein, ich denke, sein Alter wird zu einem großen Thema gemacht. Und ja, Alter ist ein Faktor, das bestreite ich gar nicht. Doch viel wichtiger als das Alter ist, woran man glaubt, wofür man steht und was man erreichen möchte. Es gibt viele junge Menschen im US-Kongress, die Tag und Nacht daran arbeiten, die Superreichen noch reicher zu machen. Junge Leute. Sollen wir darüber erfreut sein, weil sie jung sind? Sie müssen eine Person in ihrer Gesamtheit betrachten. Und ich denke, Biden macht als Präsident alles in allem einen guten Job. Laut Umfragen sagen 67 Prozent der demokratischen Wählerschaft, dass die Partei einen anderen Kandidaten als Joe Biden nominieren sollte. Haben die nicht recht? Es ist immer einfach, so einen magischen Kandidaten zu fordern, der brillant, erfahren und telegen ist. Wer soll das sein? Wenn man beginnt, über konkrete Leute zu sprechen, werden sie weniger attraktiv. Meiner Meinung nach hat Biden gute Chancen auf den Sieg, wenn er einen guten Wahlkampf macht. Und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit es dazu kommt. Sie sagten bereits, einer seiner möglichen Gegner ist der Republikaner Donald Trump. Der stellte 2020 einige Gemeinsamkeiten mit ihnen fest. Bernie und ich sind uns beim Thema Handel einig. Hat er recht? Bis zu einem gewissen Grad hat er das. Allerdings glaube ich, dass er die Anzahl unserer Anhänger überbewertet, die für ihn stimmten. Wie ich Ihnen schon sagte, fallen die Arbeiter in den USA immer weiter zurück. Einer der Gründe dafür liegt in den katastrophalen Handelsabkommen wie NAFTA mit Mexiko und den normalen Handelsbeziehungen zu China. Diese verleiten Firmen dazu, zu sagen, hey, ich muss dir keinen Tariflohn in Amerika zahlen. Ich mache einfach die Fabrik zu. Tausende Werke wurden geschlossen und nach China verlagert, wo Menschen 25 Cent die Stunde verdienen. Trump hat das angesprochen. Ich habe das angesprochen. In diesem Punkt waren wir uns einig. Und worin noch? Mehr nicht. Ich weiß nicht, wie oft Sie ihm schon persönlich begegnet sind. Was würden Sie ihm sagen, wenn Sie ihn heute treffen würden? Da gibt es nichts zu sagen. Er lebt in einer völlig anderen Welt. Als er Präsident war, lud er mich ins Weiße Haus ein. Ich entschied mich dagegen hinzugehen. Ist er ein normaler Politiker? Nein, er ist kein normaler Politiker. Normale Politiker in den USA lügen nicht die ganze Zeit. Jeder lügt mal, doch Trump ist ein pathologischer Lügner. Er lügt die ganze Zeit. Wissen Sie, in Amerika kandidiert man für ein Amt, man gewinnt, man verliert. Ich selbst habe mehr als einmal verloren. Und wenn man verliert, sagt man, herzlichen Glückwunsch, du hast mich geschlagen. Doch Trump hat die Demokratie in den USA und das Vertrauen der Bürger in die Demokratie untergraben. Weil er sagte, ich habe in Wirklichkeit gewonnen. Es war alles Betrug. Millionen von Menschen haben illegal gewählt. Wenn man so etwas macht, untergräbt man die Demokratie in den USA. Das ist völlig inakzeptabel. Sie sagten einmal, die USA könnte ihre demokratischen Grundsätze verlieren, wenn Trump erneut Präsident würde. Ist die Demokratie in den USA also wirklich in Gefahr? Ja, absolut. Und ich gehe davon aus, dass Trump jetzt noch verbitterter ist als bei seiner ersten Kandidatur. Wenn Sie mich fragen, geht es bei diesem Wahlkampf weder um Gesundheits- oder Bildungspolitik. Vielmehr geht es darum, ob die USA ihre demokratischen Fundamente bewahrt. Der Sturm auf das Kapitol. Sie waren an dem Tag im Januar 2021 vor Ort. Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Hatten Sie Angst? Nein, Angst nicht. Aber es war regelrecht unvorstellbar. Anders gesagt, das überstieg jede Vorstellungskraft. An diesem Tag wurde die Wahl von Biden amtlich bestätigt und da waren Tausende, die buchstäblich versuchten, das zu verhindern. Es überstieg einfach jede Vorstellung, dass Menschen das Kapitol der USA erstürmen. Sie wurden 1941 in New York geboren und wuchsen in Brooklyn auf, in, wie Sie sagen, einfachen Verhältnissen. War Ihnen der Weg zum Sozialisten vorbestimmt? Ich wuchs in einem Mietshaus für einkommensschwache Familien auf. Mein Vater hat immer hart gearbeitet, aber nie sehr viel Geld verdient. Geldmangel war für meine Familie stets eine große Belastung. Schon als Junge habe ich begriffen, wie es ist, in einer Familie aufzuwachsen, die mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat, ähnlich wie die meisten Familien in den USA. Das habe ich nie vergessen. Und wann immer ich kann, versuche ich, das zu ändern. 1963 nahmen Sie am Marsch auf Washington teil und erlebten dort Martin Luther King. Im selben Jahr wurden Sie bei einer anderen Demo in Chicago verhaftet. Wie gefährlich war es also, in den USA der 60er Jahre ein Sozialist zu sein? Ich weiß nicht, ob ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt ein Sozialist war. Ich war ein Student in Chicago und habe gegen die Rassentrennung der Stadt demonstriert. Es gab Stadtviertel, in denen Schwarze nicht leben durften. Und ich nahm am Marsch auf Washington mit Martin Luther King teil. Das war für mich ein sehr denkwürdiges Ereignis. King ist einer meiner Helden. Er war ein brillanter Kopf, nicht nur als Redner, sondern auch als Organisator. Ich habe großen Respekt vor seiner Arbeit. In den 60er Jahren verbrachten sie auch ein halbes Jahr in einem Kibbutz in Israel. Viele Verwandte ihres Vaters in Polen wurden im Holocaust ermordet. Wie sehr prägt diese Familiengeschichte ihre Sicht auf den Staat Israel? Die Gründung des Staates Israel 1948 nach allem, was das jüdische Volk durchgemacht hat, das überstieg jede Vorstellung. Sechs Millionen ermordet. Schrecklicher Antisemitismus. Die Menschen kamen aus den Lagern und es gab noch immer Antisemitismus. Die Vorstellung einer sicheren Heimat für das jüdische Volk begrüßten viele von uns. Blicken wir auf das Israel von heute. Die Welt ist schockiert vom Terrorangriff auf Israel. Was war ihr erster Gedanke, als sie sahen, was dort passierte? Es ist unvorstellbar und schrecklich. Die Vorstellung, dass im Jahr 2023 Vertreter der Hamas auf Motorrädern junge Menschen auf einer Party mit Maschinengewehren niederschießen, da fehlen mir die Worte. Diese Taten der Hamas haben zur Folge, dass wir schon jetzt tausende Tote Israelis und Palästinenser zu beklagen haben. Und es wird noch schlimmer werden. Eines will ich Ihnen sagen. Aufgrund der von der Hamas verübten Taten wird die Arbeit vieler Menschen auf der ganzen Welt untergraben. All die mutigen Menschen in Israel, die die furchtbaren Zustände in Gaza ansprachen und die israelische Besatzung als gewissenlos bezeichneten. All diese Bemühungen werden nun beiseite gewischt, weil die Hardliner in Israel sagen werden, man kann den Palästinensern nicht trauen. Die Unterstützer der Hamas werden sagen, schaut her, wir konnten den Israelis Schaden zufügen, wir müssen damit weitermachen. Der Hass und das Blutvergießen werden weiter zunehmen. Und die Aussicht auf Frieden in der Region und die Entwicklung von Gaza haben einen herben Rückschlag erlitten. Das ist eine ganz furchtbare Situation. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu sagt, Israel ist im Krieg und er sagt, dass man die Hamas ein für alle Mal vernichten werde. Hat Israel Ihrer Meinung nach eine andere Wahl? Israel befindet sich im Krieg gegen die Hamas. Sie sollten Krieg gegen die Hamas führen. Meine Sorge ist, in Gaza leben rund zwei Millionen Menschen. Ein eingeschlossenes Volk. Die Hälfte davon sind Kinder. Sind wir im Krieg gegen fünfjährige Kinder in Gaza? Ich hoffe nicht. Einen Krieg zu führen, um die Hamas zu vernichten, ist angemessen. Doch wir sollten dabei nicht in Kauf nehmen, dass tausende von Kindern darunter leiden. Das passiert bereits. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass es schlimmer wird. Sie haben recht, es wurden bereits Kinder getötet. Gegen die Hamas vorzugehen, ist angemessen und richtig. Aber wir sollten alles tun, um die Kinder zu schützen. Wir sprachen zu Beginn unseres Gespräches darüber, wie viele Jahrzehnte Sie bereits im Dienste der Politik stehen, in einer Welt im Aufruhr. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass es an der Zeit sein könnte, ein ruhigeres Leben zu führen, irgendwo in den Wäldern Vermonts, weit weg von allen Problemen? Denkt ihr darüber nach? Ja, jeden Tag sogar. Und wird es dazu kommen? Warten wir es ab. Auf der anderen Seite fühle ich mich den Menschen in meinem Bundesstaat verpflichtet. Ich bin der Vorsitzende eines wichtigen Ausschusses, der sich mit Gesundheit, Bildung und Arbeit befasst. Wir werden sehen. Meine Frau und ich werden die Entscheidung gemeinsam treffen. Ich hoffe, Sie bleiben uns noch eine Weile erhalten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Senator Sanders, dass Sie heute bei uns waren. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.